so joe leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ja heute ist sonntag ostern ist am start hier und daher wollte ich allen mal vor ostern hier wünschen und ja genau das wollte erst mal sagen heute leute kleine story hier gestern ich weiß nicht ob es welcher auch so war auf jeden fall war so schlechtes wetter bei mir und es war einfach so stinklangweilig zocken hat sich gestern nicht wirklich gebockt gar nichts und dann am abend habe mir der sts reingezogen da waren wir hier dabei da dachte mir alter ohne scheiß da kann meine oma besser singt die waren so schlechte sind schon irgendwie keine ahnung was es ist sind da schon auf was weiß ich thailand oder was ne bangkok in bangkok sind bangkok bangkok in bangkok sind sie genau und können einfach so schlecht singen es war so miserabel so lustig einfach nur aber ja was soll man machen sänger werde ich auf jeden fall nicht das wäre ja hier das highlight des jahrhunderts aber singen ist nicht so mein ding ja mein gott was soll man machen leute was soll man machen also demnächst aber ich mal wieder live commentary aus in aw denke ich boah leute ich glaube ich habe schon zwei monate keine aw mehr gespielt und scheiß aber ich weiß nicht was los ist ich habe keinen bock mehr auf das game so wichtig ist so wichtig ausgelutscht finde ich also black ops 2 bockt sich da noch viel mehr finde ich letztens hat man auch sollte man sollten wir ein cw haben geläute ja wurde dann leider abgesagt weil zwei leute nicht kamen waren zu unfähig hier mal grüße an euch und ja waren einfach zu unfähig zu kommen dann haben die typen das abgesagt dann haben wir habe ich mit meinen vier leuten noch haben wir zu viert das cw gestartet wir haben natürlich standoff die map ausgewählt und dann wir vier gegen die sechs werden kein auftritt leute die waren wirklich ziemlich gut ohne scheiß die hat uns wirklich drauf zu sechs hätten wir vielleicht gewonnen aber zu viert hat man keine chance hätten wirklich hätte ich nicht gedacht dass sie so abgehen wie noch mehr was ohne scheiß keine ahnung was mit denen da los war auf jeden fall wir hatten keine chance taktik haben schön gemacht und so hat nichts gebracht einfach es hat einfach nichts gebracht es war so bitter und jetzt ja dann haben die haben wir das cw da abgebrochen es war richtig miserabel aber was soll man machen ja was soll man machen auf jeden fall gehe ich jetzt danach zur verwandtschaft dann gehe wahrscheinlich noch ein bisschen raus und ja genau wenn ihr das video seht dann bin ich wahrscheinlich gerade am kaffee trinken oder so kuchen kuchen essen leute kuchen essen habe ich bock darauf ja was soll man machen heute auf jeden fall mein kleines video kürzeres kürzeres video aber ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen frohe ost an euch allen und ja dann sehen wir uns beim nächsten video wieder haut rein und bis zum nächsten mal leute ciao